Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outriders. Das ist der Klaus. Klaus geht jetzt durch diese Tür. Ausgang zur Hauptstraße ist genommen. Wir suchen B2. Die B2-Anlage suchen wir. Hier ist ein Transferbuffet. Da steht, dass die ECA die meisten Kälteschlafkapseln in irgendeine B2-Anlage gebracht hat. B2, nicht Bc. So, wann kommen hier endlich wieder Räume, das und das frei, bitte? Ich bin bereit dafür. Ach, wir müssen wieder über die Brücke gehen. B2, muss die große Kapsel auf der anderen Seite der Brücke sein, links von dir. Wie komme ich dorthin? Folge der Stadtmauer. Dann kommst du automatisch zur Anlage. Da oben geht es lang, oder was? Nein, ich will nicht reisen. Verdammt nochmal. Hör auf. Ich wollte das hier machen. Genau. Wir sind Klaus. Klaus ist manchmal stark und manchmal nicht. Das Moorland betreten. Uh. Das Moorland. Klaus. Wir gehen zum Moorland. Da gibt es aber keine Bäume. Und ein paar. Wir betreten das Moorland. Sehr cool. Heißt das, wir haben da nur Kreaturen, also nur Kreaturen in Anführungsstrichen. Weil die Menschen, die nerven mit ihren doofen Schüssen. Und dann hast du noch Sniper und Sniper sind doof und die Snipern einfach nur rum. So. Gibt es hier hinten irgendwas? Gibt es doch irgendwas? Ach ne. Schade. Wieso gibt es hier nichts? Okay. Und jetzt räume das Moorland frei. Hier wohnt doch bestimmt irgendwo Gollum. Gollum. Where are you? Gollum, where are you? Gibt es hier was? Wieso gibt es hier nirgendwo was? Sehr, äh. Es ist sehr unschön. Aber es sieht sehr cool aus. Wie immer eigentlich. Das sind komische Häuser. So. Eine Matra... Ah, durchquere das Moorland heißt es jetzt. Nicht säubere. Oh. Ich will mal gucken. Bitte. Oh. Verzeihung. Aus Versehen passiert. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir gehen mal hier hinten in die Ecke. Hier gefällt es mir nämlich. Boah, das ist aber immer so laut. Alter. Ich habe gar nichts getan. Oh, oh, okay. Ich weiß nicht, warum es jetzt auf einmal so laut ist. Ich habe gar nichts geändert. Habe ich irgendwas verändert? Ach, ich bin doch bescheuert. Ich habe meine... Das geht auch weh, ey. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe meine Kopfhörer-Lautstärke erhöht. Es ist irgendwie klar, dass es dann alles viel zu laut ist für mich. Oh. Mister. Boah, ich muss es durch mal leiser machen, wenn ich hier durch bin. Oh, nö. Scheiße. Wo ist denn hier noch einer? Ach, da. Da ist noch einer. Ich glaube schon nicht. Oh Gott, ich muss es erstmal leiser machen. Oh Gott. Das war ein bisschen zu laut, muss ich sagen. Haben wir jetzt hier alles eingesammelt. Da vorne ist der nächste Freund. Nur noch so laut. Ich finde ja heraus, wie ein Outreiter passiert ist. Okay. Guten Tag. Hallo. Oh, das stimmt doch. Wieso sind das so laut, ey? Oh, ein kleiner Blütenbaum. Hier hinten in dieser Ecke waren wir nicht. Oder kamen wir hierher? Ne, kamen wir gar nicht. Gibt es hier nichts. Was soll das? Okay, also ich liebe unsere Waffe. Wir sind wirklich sehr gut ausgerüstet, finde ich jetzt. Ich habe jetzt erstmal nichts gefunden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in der nächsten Abteilung dann das ist, was wir suchen. Oh, da gehen wir erstmal nicht rein. Was ist immer noch? Ist das ein Alter? Hat sich irgendwas verändert ausgesehen? Um es zu wissen, ist das möglich? Kommen sie ran, können sie weggehen. So. Was ist denn nur los, ey? Wieso ist das denn so laut? Oh, wir haben Stufe 11. Ohlala. Ohlala. Wir haben Stufe 11. Oh, hier ist das, was ich gesucht habe. Oh, eine Weste haben wir bekommen. Bekommen. Oh. Das ist jetzt eher schlecht, muss ich sagen. Ich behalte die erstmal. Das ist, äh, was haben wir hier? Das ist auch schlecht, äh, das ist gar kein Problem. Klasse. Wir haben einen Klassenpunkt bekommen. Was wollte ich mit diesem Klassenpunkt? Wahrscheinlich wollte ich das hier machen, oder? Das wollte ich auf jeden Fall nicht machen. Erhöhten, Felge, Fähigkeit. Nein, 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 nein. Was gibt es denn hier? Reduziert Abklingzeit, Alterner, Fähigkeiten um 10%. Okay. Okay, das nehmen wir noch mit, aber dann gehen wir hier weiter nach rechts. Ich hoffe einfach mal, man kann sich nicht verskillen. Oh, das sieht aber nicht so geil aus da drüben. Ich muss mal ganz kurz etwas überprüfen hier mit meiner Lautstärke. Das ist irgendwie... Irgendwie ändert sich da nichts. So. Wir sind, äh, ein glücklicher Klaus der Stufe 10. Das nehmen wir natürlich mit. Ja. Jetzt gehen wir mal weiter hier. Ich hoffe, die Rebellen sind nicht da, weil die Rebellen sind echt bescheuert. Räume die Ruine frei hat man lange nicht mehr. Es ist mit der Musik los. Weeuuu. Yay. Durchquere die Höhlen. Hallo. Entschuldigung. Ich bin da. Sehen Sie? Oh Gott. Boah. Boah. Hehehe. What? Boah. Was seid ihr für Welte? Seid ihr andere? Was macht ihr einer? Wo ist das laut? Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade so laut ist. Auf meinem Ohr. Gibt da drüben irgendwas? Die kam ja hierher. Hä? Nee, da müssen wir hin. Nee, 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 nee. Das fällt aus. Wir sind hier, um Zeug abzubauen. Hallo. Mr. Klaus, bitte dünnen Sie mal. So. So. Mr. Klaus hat getan. Da sind wir hierher gekommen. Wir haben schön eingesammelt. So, jetzt muss ich es doch wieder aufsetzen, mein Kopfhörer-Ding. Hä? Gott, Klaus, Orientierung ist gleich Null. Licht. Oh, alle. Äh, ja. Nö? Die läuft gut. Ich bin wahrscheinlich hier raus, damit die dann gerade auf uns zulaufen können. Kommen Sie bitte. Oh, ist das laut, ey. Für euch ist es wahrscheinlich wie immer, aber irgendwie stellt sich das bei mir gerade nicht mehr um. Weiß auch nicht. Oh. Kiste, Kiste, Kiste. Yay. Kiste, was gibt's? Eine neue Waffe. Eine neue Waffe. Die Musik hat sich geändert. Kiste, kiste auf. Oh, der ist auch noch dicker. Oh, der geht. Mist, ich hab Mist gemacht, glaube ich. Oh, hier sind zwei von denen. Hey, Weltstufe 6 Klaus, der Mannmann hat es mal wieder getan dann wieder runter ich weiß nicht ich finde das sieht etwas unschön aus das Spiel sagt uns schon sehr weit dass wir da nicht runterfallen dürfen sonst sterben wir irdische Handschuhe alles klar, da drin ist wahrscheinlich ein Endgegner versteckt wir gehen aber erstmal hier zur Zettellage was haben wir hier? oh ne, wird ein hässlicher Helm nein, hässlich hässlich ich mag unser Brandding ich will das nicht benutzen oh, das habe ich doch benutzt Verbrennungskugeln ach so, was hat das hier? Schüsse verursachen eine Schwächereffekt bei Gegnern benutzen erstmal die Controller ich weiß nicht, was du willst ich verstehe das nicht dieses ständig vibriere bitte sagst du mir eine Art eine Art Notiz, ja, ja Massenerweckung eine Geschichte des Wahnsinns von R.T. Elliot das offizielle Archiv Oktober 2159 nach den Anomaniestürmen die die First City trafen war der Atomreaktor des Triebwerks spayerisch beschädigt obwohl viele Reparaturversuche unternommen wurden konnte man nur einen einen Teilbetrieb wiederherstellen während der Reaktor zunehmend Anzeichen von Instabilität zeigte nach ein paar Monaten fiel er dann ganz aus durch die Kernschmerzen des Reaktors wurde beinahe die gesamte Stromerzeugung lahmgelegt aufgrund der fehlenden Energieversorgung waren Hunderttausende von Kälteschlafkapseln auf ihre Akkus angewiesen um die schlafenden Menschen am Leben zu erhalten aber natürlich hält ein Akku nicht ewig da die einzige Alternative und und denkbar war entschied die ECA die Menschen schnell aus dem Kälteschlaf zu wecken da man nicht genug Personal hatte erhielten hunderte Crashkurse um beim Weckprozess zu helfen und gegebenenfalls medizinische Hilfe zu leisten nach tagelanger Arbeit ohne Pause und Schlaf litten viele an Erschöpfung die ECA hatte immer noch nicht genug Ressourcen um jedem einzelnen der Hunderttausenden von Menschen die geweckt worden waren mit Nahrung Kleidung Schutz oder auch nur einem Bett zu versorgen es konnten lediglich behilfsmäßige Behausung außerhalb der Stadtmauern errichtet werden um die Menschen von der Erkenntnis abzulenken dass die ECA völlig unvorbereitet war Statusbericht nach der Massenerweckung die Untersuchungen der Kälteschlafkapseln die vor dem Sturm als aktiv identifiziert wurden erbrachten folgendes 312 Kälteschlafkapseln wurden vom Sturm zerstört als dieser auf ein Lagerhaus mit Kälteschlafkapseln traf es wurde versucht die Verstorbenen anhand ihrer Überreiß zu identifizieren obwohl viele mit den Kapseln verschmolzen und derart verunstaltet worden waren dass eine Identifizierung nicht mehr möglich war bei 189 Kapseln war die Notfallöffnung ausgelöst worden der plötzliche Wegvorgang und das Fehlen einer medizinischen Sofortversorgung forderte 23 Todesopfer der Rest kam auf die Krankenstation bei 1384 Kapseln traten aufgrund der elektromagnetischen Impuls Systemausfälle auf die Kälteschlafkapseln entriegelten sich nicht um die Menschen hinaus zu lassen sodass die ohne Lebenserhaltung eingesperrt waren es wurde verursacht die Kapseln manuell zu öffnen dabei gab es aber nur zwei Überlebende die sich derzeit in einem kritischen Zustand befinden 398.192 Kälteschlafkapseln blieben aktiv allerdings nahm diese Zahl stündlich ab da die Stromversorgung unzuverlässig erarbeiteten weniger als 24 Stunden später wurde entschieden Notfallöffnungsprozeduren einzuleiten um die Kälteschlafkapseln zu öffnen und die Menschen darin zu evakuieren zu diesem Zeitpunkt gab es noch 392.502 aktive Kälteschlafkapseln die geöffnet wurden innerhalb dieser 24 Stunden hatten die übrigen Kapseln ihre Akkuladung verbraucht sodass die Menschen darin als verstorben galten stimmt man dann sofort oder ist das ist das dann so ein Erstickungsding habe ich was nicht weggekriegt da wir viel zu wenig medizinisches Personal hatten mussten wir schnell Mitarbeiter aus anderen Abteilungen anfordern und in einem Doktor und in einem von Doktor Alexander Rasporowitsch überwachten Crashkursen der Durchführung des Kälteschlaf weg vor Verfahren schulen diejenigen die aus dem Kälteschlaf geweckt worden waren benötigten sofortige medizinische Hilfe Ruhe und viele Kalorien um zu Kräften zu kommen und dauerhafte Schäden infolge des Kälteschlafs zu vermeiden viele Patienten und Mitarbeiter erlitten psychologische Schäden ähnlich wie in Kriegen auf der Erde unsere Vorräte waren nie auf die Versorgung einer derart großen Anzahl von Menschen ausgelegt gewesen und die Lager leerten sich schnell Hä wie dumm ist denn das bitte was aber die müssen doch so viel dabei haben weil wenn es zu so etwas Hä wieso denkt man sowas bitte nicht zu Ende also ich verstehe schon dass die gedacht haben ja wir machen die alle nach und nach auf und dann ist alles gesichert und wir machen Ackerbau und Viehzucht und Drei-Felder- Wirtschaft und so und Zeug aber die kann man kann sich doch nicht darauf verlassen also bitte man muss doch wenigstens das Essen mitnehmen wenn ich hier sitze und ich will eine Woche lang nicht einkaufen gehen dann kaufe ich doch wenigstens so viel ein dass ich noch also dass ich wenigstens doch bis zum nächsten Einkaufen komme oder wenigstens lager irgendwas ein was man wenn irgendwas sein sollte länger also das ist doch das ist doch Müll was die gemacht haben es müssen dringend neue Nahrungsquellen gefunden werden haha da das Verfahren intensive Arbeit über einen Zeitraum von vier Tagen erforderte und es kaum Zeit für Pausen gab sind viele Mitarbeiter vor Schöpfung zusammengebrochen außerdem wurden menschliche Fehler registriert die zum Tod von geschätzten 600 Patienten und zu Verletzungen bei mehreren tausend weiteren führten obwohl die meisten der Kapsel insassen das Wecken aus dem Kälteschlaf überlebt haben bleibt die Frage wie die Stadt ausreichend Behausung Bekleidung und Nahrung für fast eine halbe Million Menschen bereich stellen soll außerhalb der Stadtmauern wurden behelfsmäßige Unterkünfte errichtet und Stoffe wurden recycelt um mehr Kleidung zur Verfügung zu stellen aber die Stadt war darauf nicht vorbereitet die Nachhaltigkeit dieser Situation ist in Gefahr wenn keine Abhilfemaßnahmen ergriffen werden also bitte das ist doch eindeutig Missplanung die haben so viel Scheiße hochgebracht da hätten sie doch auch wenigstens mal Kleidung und Essen mit ihr hochbringen können Moodeln oder sowas also hätten sie mich vorher mal angerufen Klaus hätte Bescheid gewusst Open Ich bin da Hier sind sehr viele Kapseln Ich weiß wir müssen da rüber aber ich habe gehofft man findet hier irgendwas anderes Hä Die Kälteschlafkapsel untersuchen Okay Ich habe Skastet gefunden Wie meinst du das Ist er am Leben Nein Dank der ECA ist er jetzt ein Terrarium Ach komm schon Skastet Verdammt Wir haben zusammen in Bagdad und Karakas gekämpft Er gab niemals auf Hätte den Dienst auf seinen zwei Beinen beenden sollen Das hätten sie alle Outriders Speer dieses Teil erinnert mich an den Bauernhof meiner Eltern Ja jetzt ist das alles ins Meer gerutscht aber diese Berge die hatten was Jetzt überlege ich gerade haben wir die in den Prolog kennengelernt Skastet arbeitet in der Aufklärung und ist bei den Vorstößen der Outriders in feindlichen und oder unbekannten Gelände meist in vorderster Linie dabei Skastet wurde inmitten der Fjorde Norwegens geboren und erwischte eines der letzten Schiffe als die Erdbeben das ganze Land in Schutt und Asche legten Als Junge wurde er von einem Flüchtlingslager ins nächste gereicht und wäre lange tot wäre er nicht in Ach das haben wir doch alles schon gelesen Ja natürlich kennen wir den schon Wir lesen es trotzdem noch mal ganz schnell weiter Sollte da drüber gelandet und hatte das Kämpfen von den Besten gelernt Er ist ein Überlebenskünstler und aus mehr Kriegszonen und gefallenen Städten entkommen als er zählen kann Du hast Skastet damals auf der Erde sogar ein paar Mal die Haut gerettet und er fühlt sich deswegen in deiner Schuld Jetzt als einer der wenigen die als Leben von der Erde geschafft haben freut er sich darauf endlich die Füße hochlegen und ein langes ruhiges Leben genießen zu können Oh der Arme und jetzt liegt er da in dem Ding drin Am Tag der Landung wurde Skastet als erster der Outriders von dem Pilz des Waldes befallen und daraufhin in den Kälteschlaf Stimmt als Patient Null wurde Skastet von den Wissenschaftlern der ECA Experimenten unterzogen um einen Impfstoff gegen den Pilz zu finden Er hat nicht überlebt Allerdings ist unklar was im Endeffekt zu seinem Ableben führte der Pilz oder die Heilungsversuche Wahrscheinlich hätten der Pilz nur mutiert Guck mal wie das aussieht Ist das alles der Pilz? Nee gar nicht Die Outriders waren als erste von einer fremden Mikrobe befallen Es war legitim euch zu untersuchen um andere zu retten Und dabei haben sie die Hälfte von uns gekillt? Was für eine Scheiße Okay, jetzt darf ich scheinbar lesen Mission der Outriders Bericht über den Pilz Medizinische Forschungsakte Patient Skastet Magnus Beruf Outrider Zustand unbekannt Tag der Exposition Plus 3 Nach Kontakt mit der schwarzen Pilzähnlichen Substanz ist Patient Null nun stabil in therapeutischer Hypothermie Morgen wird Dr. Akingboje mit einer Reihe von Tests beginnen um im Labor die Eigenschaften des Organismus zu bestimmen mit dem der Patient infiziert wurde Unterzeichner Krankenschwester Anna Kulikowski Oh, sowas liebe ich ja, so ein Zeug Hätten die das nicht filmisch darstellen können? So, Experimentzeug Tag der Exposition Plus 12 Schwester Kulikowski Trug einen Gefahrstoff Schutzanzug und gummierte Handschuhe bevor sie eine Probe der dunklen zähflüssigen Substanz entnahm die aus Ohren, Augen, Nasen und Mund der Patienten lief Trotz dieser umfassenden Schutzmaßnahmen entwickelte Schwester Kulikowski sehr bald schwere Symptome und abrach schwarzen Schleim Wir konnten eine Reanimation von Schwester Kulikowski nicht riskieren Ihre Leiche wurde verbrannt um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern Unterzeichner Dr. Dana Ikinboy Okay, also sie ist umgefallen und sie haben es einfach sterben lassen Tag der Exposition Plus 20 Der Ärzte Rat hat übereinstimmend der Entwicklung eines Impfstoffs gegen diese Krankheit die nächste Priorität eingeräumt Dazu ist weitere Forschung wichtig Der Rat hat meiner vorgeschlagenen Forschungsmethodik zugestimmt Der Gefahr Fahrenstoff Schutzanzug wird mit einem Futter aus Blei modifiziert das vor Ansteckung schützen sollte Leider wird es auch die Geschwindigkeit meiner Forschung einschränken Hoffentlich können wir selbst mit unseren neuerdings begrenzten Ressourcen ein Heilmittel finden Denn eines wird schnell klar Unsere Zukunft auf diesem Planeten hängt davon ab ob wir diese Schlucht jemals verlassen können oder nicht Unterzeichner Dr. Dana Ikinboy Das ist immer wieder da Selbst wenn es die Anomalie Stürme nicht gegeben hätte hätten die ja wissen müssen dass es so einen Pilz gibt Das ist genau Krieg der Welten Die sind durch unser Wasser gestorben und hier sterben sie durch den Pilz Das hätte man doch vorher wissen müssen Tag der Exposition 29 Nach dem Auftreten der schwarzer Schleimsymptome wurde Dr. Dana Ikinboy für tot erklärt Oh Ihre Leiche wurde eingeäschert Nur wenige sind noch bereit die Forschung weiterzuführen aber ich werde bleiben Ich bin mir sicher dass dieses Rätsel zu lösen ist auch wenn es Geduld erfordert und weitere Tote Vielleicht bin sogar ich selbst der Nächste aber ich kann nicht einfach aufgeben Ich werde weitermachen Unterzeichner Dr. Nathan Skorlock Okay Okay Ich schau nochmal hier die Gittner Äh Captains haben wir schon gelesen Rebellen haben wir gelesen gehabt Rebellen Brecher hat man auch gelesen Das war ein Scharfschützen Der hat ja auch gelesen Ja Ich glaube die anderen hat es nicht gelesen Das haben wir noch nicht gelesen glaube ich Oh Das ist doch Seth oder Nee Gauss Oh Gauss Du Suchen Haben wir Haben wir nur Einen gefunden Ich würde mal sagen unsere Mission ist irgendwie ungeil verlaufen So wo ist jetzt unser Rückhol Da ist die Rückholaktion Oh Knochis Dann gehen wir mal zurück zum Lager was getan Was hast du rausgefunden Es hat sonst niemand geschafft Tut mir leid Outrider Aber dass es einige geschafft haben Dass eure Kälteschlafkapseln all die Jahre weitergelaufen sind Wie durch ein Wunder Du bist ein Glückspilz Ja Das werden wir sehen So Was wollen wir cool Das schon mal nicht Das haben wir Ja Was haben wir hier Gift ist natürlich auch sehr geil Jacke des Gelehrten Wir nehmen das hier Aber solange du am Leben bist Leben auch die Outriders weiter Denk dran Ja Ja Genau Erzähl mir noch ein Okay Wir schauen mal was wir hier haben Wir markieren erstmal das und das Ding und das Ding auch Ja mir tut es auch leid Du hast Jane umgebracht Das tut dir wahrscheinlich nicht leid Okay Wir zerlegen das erstmal Tufus Also ich mag die schon sehr die Waffe aber sie ist halt schon ein bisschen schwach 487 die haben jetzt bekommen Hallo Mister Mister Controller ich weiß nicht was sie wollen von mir wollen Okay okay sie ist sehr geil muss ich sagen Okay Sie ist sehr geil ich glaube Ich behalte die mal die machen mal klein Ach ne die haben wir doch gekriegt Oh Das ist doch die mit den Gift Kapseln Die hier war doch das Hm Gut das machen mal klein 452 Die hat einen Schwäche Effekt Wenn wir den Schwäche Effekt ändern Wir machen jetzt mal was Hier Ja Auszeichnungsstufe Wir haben eine neue Auszeichnungsstufe erreicht We können so ein Zeug machen Klaus wird bald Aerobic Meister vier Belohnungen abgeholt Das ist ja Wunderbärchen So Hier Mister Missioner Neu Spiel Nein Wir wollen das machen Und zwar Was ist denn das hier Was kann ich da Seltenheit Variante aus Stufenaufstieg Was passiert beim Stufenaufstieg 462 Was bedeutet denn das SCH Sollen wir das mal machen Sollen wir das mal machen Okay jetzt können wir die wieder benutzen Gar kein Problem Das ist wunderbar Attribute erhöhen Wie kriegt man denn Splitter Aber ich habe doch gar keine Splitter Hä Wann kriege ich denn Splitter Was heißt denn Variante tauschen Ah Stabilisieren Na gut das brauche ich im Moment nicht Gut Dann benutzen wir weiterhin unsere wunderbare Die Waffe hier Sie ist auch wunderbar toll Die machen wir klein Die auch So Sehr schön Was war jetzt eigentlich mit der hier los Wieso haben wir die hier nicht Ey der Controller Ich weiß nicht was der mir sagen will Wir haben schon wieder irgendwas fertig gemacht Okay So ich muss meine Ausrüstung verbessern bitte Und zwar das hier Ich würde gerne die Seltenheit verbessern damit es auch blau ist einfach so Und ich habe ja genug Eisen Frostkugeln Nachladen stellt 105 Lebenspunkte Für jeden Gegner wiederher den letzten Nachladen Schüsse lösen in einem Unkast eine Fusionsexposition Was hat das Vermehrung Okay Alles klar Wir machen doch die eine klein und sind wir durch Die hier machen wir klein Ich glaube ich bin voll und ganz zu meiner Zufriedenheit ausgerüstet Wie speichere ich eigentlich Kann man eigentlich speichern Wir haben noch eine Belohnung Stimmt Seltene Waffe Gib her Gib mir Ach nö Was soll denn das jetzt Ach nö Wir behalten erstmal die Wir behalten die aber auch Was das mit den Splitter verstehe ich immer noch nicht so richtig Ja Ich würde sagen Wir beenden für heute mal die Folge und ich werde jetzt auch die Aufnahme beenden weil ich glaube der Milly will nämlich doch mal raus aber ich darf es nicht so laut sagen weil ansonsten rennt er nämlich sofort los und nervt Genau Ja also ich werde jetzt mit ihm rausgehen und wünsche euch noch einen wunderbaren Abend bleibt gesund und ich streng mich an dass ich jetzt bald weiterspiele damit ich nicht die erste Folge von der nächsten Aufnahme wieder so verkacke okay weil jetzt läuft es ja Ja habe ich jetzt eigentlich schon gesagt habt einen schönen Abend bleibt gesund seid glücklich geht früh ins Bett schlaft ausreichend esst Obst und Gemüse macht Sport ja und natürlich würde ich mich freuen wenn ihr morgen wieder mit dabei seid bis dahin auf Wiedersehen Tschüss